Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel Nr. 17. Schrauben Sie das Auto ein. AUTODOC empfiehlt, dass die Federbein unter anderem steckert. Nehmen wir die Bedeutung für die Fahnen. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ruhigen Sie mit der Stoßdämpfe. Entfernen Sie SZN-F-Bio. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Brauchen Sie eine Drehmomentschlüssel. Benutzte deinen Befestigern und die Befestigungselemente erzielt. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 11. Ziehen Sie die Befestigungselemente, der die Bremsschrauben von der Bremsscheibe ab. 11. Entfernen Sie die Befestigungselemente an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. AUTODOC empfiehlt, dass die Bremsscheibe die Bremsscheibe entdeckte. AUTODOC raadt 3. Reinigen Sie die Ratschenschlüssel. Verwenden Sie ein Drehmoment fest. 4. Entfernen Sie die Ratschenschlüssel. Verwenden Sie eine Drehmoment fest. 5. Entfernen Sie die Ratschenschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmoment fest. 8. Entfernen Sie das Schnell. 9. Entfernen Sie das Schnell. 11. Entfernen Sie das Schnell. AUTODOC empfiehlt, unter anderem den Vorstandsliste zu vermeiden. 11. Entfernen Sie den Schnell. 12. Entfernen Sie die Schnellbeiführung. 13. Entfernen Sie das Schnellbeifschrauben. Anzeigen Sie die Felgenbeifffürstung. Bis zum nächsten Mal.